Ich glaube einfach, der Verein passt sehr, sehr gut zu mir und ich passe gut zum Verein und ich hatte schon immer eine Sympathie gegenüber diesem Verein und ich freue mich einfach, hier zu sein. Ich will Gas geben, ich will der Mannschaft helfen und ich freue mich schon, das erste Mal im Stadion zu spielen mit den Fans. Ja, ich glaube, mit dem Team ist vieles möglich. Ich glaube, die Mannschaft hat großes Potenzial und ich glaube, wir können was gewinnen und ich glaube, daran muss auch jeder glauben in der Mannschaft, in der Stadt. Und ich will meinen Teil dazu beitragen, ich will Gas geben, ich will vorangehen, ich bin nicht mehr der Jüngste und so werde ich der Mannschaft weiterhelfen.